Oxytocin ist weltweit bekannt als das Lebenshormon. Es leitet die Geburt ein und ist vor allem für zwischenmenschliche Beziehungen ehrenlich wichtig, wie zum Beispiel die Mutter-Kind-Bindung. Das Oxytocin-Signalsystem selbst hat sehr viele therapeutische Anwendungen und das ist auch der Hauptgrund, warum wir dieses System erforschen. Oxytocin selbst kann nicht nur den Oxytocin-Rezeptor aktivieren, sondern auch drei andere, die sehr ähnlich dem Oxytocin-Rezeptor sind. Und da kann es zu Nebenwirkungen kommen, zum Beispiel bei der Geburtseinleitung, weil diese Rezeptoren eben auch für den Herz-Kreislauf von Mutter und Kind zuständig sind. Und wenn Oxytocin entweder zu hoher Dosis oder zu lang gegeben wird, gibt es hier Probleme. In dieser Studie haben wir es geschafft, dass wir eine Verbindung herstellen, die eben nur diesen Oxytocin-Rezeptor aktiviert und nicht die anderen drei Rezeptoren, die mit diesen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden. Unsere Verbindung ist sicher interessant, als Alternative die Geburt einzuleiten, mit weniger Nebenwirkungen, beziehungsweise für autistische Kinder, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Und wir untersuchen die Verbindung auch in Bezug zu chronischen Darmerkrankungen. Die Verbindung ist sicherlich unbeziehungsvolle, dass wir die Verbindung in Bezug auf die Verbindung haben. Und wir untersuchen die Verbindung sind. Und wir untersuchen die Verbindung. Die Verbindung haben wir noch von den Verbindung in Bezug auf die Verbindung. Untertitelung des ZDF, 2020